alli hallo willkommen bei den fvr gamers ich hoffe es geht euch allen gut und wir sind hier bei monster truck championship das fand ich mal runtergeladen und ja dann machen wir jetzt einfach ein einführungsrennen und werden mal schauen ob man das gefällt und ja da könnte gut sein dass man hier dann in nächster zeit einige karriere videos aufzeichnen und die wir dann bestimmt demnächst für euch kommen weil gehen wir davon aus das wird mal schon spaß mache das dort und dann schauen wir uns das jetzt morgen und danke schon mal für das reinschauen ok dann legen wir los ok r2 war natürlich klar mit gas geben l2 wird wahrscheinlich schon auch mit der bremse sein auf jeden fall sehen wir da links schon mal schadens bilder also wird hier ja auch mit schaden am auto sein hey scheiße Also da muss ich auf jeden Fall mit Gas gerne ein bisschen aufpassen, man rutscht schon schnell. Also da muss ich auf jeden Fall mit Gas gerne ein bisschen aufpassen. Scheiße. Oh shit. Ne, oder? Oh je, es ist, man sehe ich auch schlussbar verkackt, ey. Ja, aber gut, die erste Inbruck gefällt mir, ein bisschen übe. Und ja, mal gucken, was auf uns zukommt. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn er da ab und zu mal in Google gucke. In die Videos und ja, also wie gesagt, nach jetzigem Stand gehe ich davon aus, da wird noch einiges kommen. Ich fange dann heute mal an und über Abo, Like würden wir uns absolut freuen. Ich wünsche euch was. Bleiben gesund. Danke für die Treue. Bis dann demnächst. Ciao. 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 Vielen Dank.